In diesem Video geht es um die besten Elektro-Kamine. Der Qualitätssieger in unserem Elektro-Kamin-Test geht an den richtigen Elektro-Kamin. Ein knisterndes Holzfeuer in einem üblichen Kaminofen verbreitet natürlich eine angenehme Atmosphäre und spendet behagliche Wärme. Aber der Aufwand dafür ist außerordentlich groß und echtes Feuer zudem sehr gefährlich und umweltschädlich. Ein Elektro-Kamin stellt eine hervorragende Alternative dar. Sie können den Stand-Kamin in der Wohnung beliebig positionieren. Ebenfalls benötigen Sie dazu keine Erlaubnis vom Vermieter, denn beim Elektro-Kamin funktioniert das Kaminfeuer elektrisch. Er ist jederzeit einsatzbereit und lästiges Reinigen Entsorgen von Asche entfällt komplett. Sie erhalten einen Stand-Kamin in vielen Farben, Größen und Designs. Ebenfalls profitieren Sie mit der Entscheidung, zukünftig Ihr Kaminfeuer elektrisch zu betreiben, von weiteren Vorteilen Sie können ihn auch im Sommer zu dekorativen Zwecken und ohne Wärmeerzeugung einschalten auf der Terrasse. Im Winter lässt sich dann die gewünschte Wärmezufuhr von Ihrem elektrischen Stand-Kamin bequem per Fernbedienung regeln. Außerdem wird nicht nur das Kaminfeuer elektrisch erzeugt, sondern Sie können auch Farbe und Helligkeit des real wirkenden Flammenbildes individuell ändern. Der Aufbau ist unkompliziert und mit dem 1,7 Meter langen Kabel flexibel an die nächstgelegene Steckdose angeschlossen. Alle Funktionen können Sie bequem über die mitgelieferte LCD-Display-Fernbedienung bedienen. Einfache Kontrolle über Flammeneffekt, Heizlüfter, Zeitschaltur, Temperatur und Beleuchtung. Den besten Preis findest Du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Tag-Ufrode. Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit. Stellen Sie den Heizplan für jeden Tag der Woche ein und genießen Sie einen warmen Raum, wann immer Sie möchten. Präzise Temperaturregelung. Bleiben Sie komfortabel und sparen Sie dank des integrierten digitalen Thermostats Energie. Offenes Fenstererkennung. Wenn das Fenster geöffnet ist oder die Temperatur plötzlich fällt, stoppt die TAGU-Feuerbox automatisch und kümmert sich um die Umgebung. Verborgene LED-Anzeige. Sie können alle Einstellungen sehen. Nach einer Minute werden Sie ausgeblendet flüsterleise. Es ist das leiseste Heizgerät, das TAGU jemals entwickelt hat und kann Räume bis zu 37 Quadratmeter erwärmen. Schlaffunktion. Verwenden Sie nachts die Schlaffunktion und schlafen Sie in gemütlicher Atmosphäre ein. Ganzjahreskamin. Der Flammeneffekt kann mit oder ohne Hitze funktionieren, sodass Sie Ihren Kamin das ganze Jahr über genießen können. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Elektro-Kamin-Test ist der Däuber-Elektro-Kamin. Elegantes Design passend zu allen Inneneinrichtungen. Das Kaminfeuer dieses Elektro-Kamins erzeugt ein realistisches und komfortables Licht im Raum. So sorgt das täuschend echte Kaminfeuer für ein behagliches Ambiente. Praktischer Vorteil. Nutzen Sie entweder nur die angenehme Kaminfeuer-Simulation oder schalten Sie zusätzlich noch die Heizfunktion ein. So kommt wohlige Wärme auf. Täuschend echte Simulation eines brennenden Feuers. Sorgt für romatische Stimmung im Wohnzimmer. Heizleistung in zwei Stufen regelbar. 1000 Watt Heizstufe 1 oder 2000 Watt Heizstufe 2. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.